Boom! Herzlich Willkommen zurück! Das ist der Living Room. Wir feiern heute die Homestory von Anja Zeidler ab. Die Fitnessmodel ist ausgewandert auf Los Angeles, ist jetzt aber für einen Monat zurückgekommen. Ich durfte sie während dieser Zeit kennenlernen. Die ganze Geschichte im Fitnessstudio und so weiter. Das schauen wir uns heute in Hülle, Knülle und Fülle an. Die Frage ist, wieso sitzt auf diesem schönen Sofa keine Frau Zeidler? Der Grund ist, sie ist eine vielbeschäftigte Dame. Sie ist jetzt gerade eine Kandidatin, eine Kundin bei ihr im Fitnesszentrum am Schlauchen. Das hat sie uns vor wenigen Minuten geschickt. Bitte schön. Hallo Mike, hallo Joyce, hallo alle zusammen. Ich kann leider nicht bei euch hocken und mitschnurren. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich traiere meine Pitchicks. Das ist Julia. Und ich bin mehr stolz, sie zu haben. Wie ist es für dich da unten? Ich bin der Hauptverdaster. Hard work. Bleib fleissig dran. Viel Spass mit meinen Sendungen. Ja, easy Anja. Schau, ich habe ja Respekt für dich. Du bist am abhasseln und in zwei, drei Wochen gehst du schon wieder zurück auf Los Angeles. Sharp ist nicht live da. Aber vielleicht kannst du doch noch mal ein kleines Grüsschen zuhören. So, da zwei sind Sendungen. Anyway. Das allererste, was ich gemacht habe vor etwa drei Wochen, sind wir zusammen in Luzern ins Restaurant gehökelt. Haben uns zum ersten Mal wieder nach dem Februar, bei dem Show Olympics, den wir gesehen haben. Und dann haben wir über Gott und die Welt geredet, vor allem aber über das neue Leben in Los Angeles und wieso, dass sie sich ihre Brüsten operieren lassen. Checkt's aus. Musik Ja, hallo. Grüezi. Schön, dich wieder zu sehen. Gleichfalls. Ja, wie geht's dir? Tipptab, tipptab. Nach den Chat Tagen, aber gut. Lago Mio. Gut siehst du aus? Danke. Gib mir Mühe. Wem bist du angekommen? Vorgestern. Okay. Ja. Willst du dich so wieder in deiner geliebten Heimatstadt unterwegs sein? Ja, schön. Also wieder daheim halt gleich, gell? Also L.A. ist mein Ding, dort wo ich sein will. Aber Luzern ist halt immer da. Wir haben sehr viel zu bereden. Ich habe eine Tasche mit Sportsachen drin. Das heisst, wir gehen dann pumpen. Oh yes. Natürlich. Und dann haben wir auch ordentlich Hunger, oder? Natürlich. Essen, pumpen gehört zusammen. Geil. Ich freue mich voll auf dieses Tag mit dir. Gehen wir noch mit Sonnen, ein chilliges Plätzchen, ein bisschen schnurren. Schön. Let's go. Ich bin auch ein bisschen gesünder geworden, so in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal so. Das ist gut. Ein bisschen erwachsener. Du bist eigentlich ein bisschen angesteckt mit deinem Training, gell? Voll. 9, 8, Mike natürlich hat Vollgas gegeben, obwohl ich gehört habe, er hat nur drei Stunden geschlafen. Ja, danke. Hey komm. Heute kommen wir noch mit Sonnen, oder? Haben wir dich jetzt so ein wenig mitverfolgt und auch was auf Facebook rausgelassen? Dir geht's verdammt gut. Das ist doch in der Time of your life momentan, nicht in Los Angeles. Also ich muss ehrlich sagen, mir geht's so gut wie noch nie. Weil, weisst du, es war gerade gestern in der Fall, ich war so im Autofahren, ich hatte gestern ein bisschen Stress da, von einer Uhr zum anderen. Aber dann bin ich so im Atom fahren und einfach voll am Smilen, gell? Die Musik aufgedreht, voll am Smilen, und einfach dachte, dumme Frau, du bist noch nicht mal 21, und du lebst einfach dein Leben, du machst einfach dein Ding. Du hörst nicht links, du hörst nicht rechts, du ziehst einfach dein Ding durch. Also du musst schon immer eine Schwelle machen, das machst du jetzt gerade. Ich meine, ich bin noch nicht mal 21, ich bin unabhängig, ich bin nicht in einem Büro von 8 bis 5 festgehalten, ich mache das, was ich will, und ich bin glücklich damit. Ich habe ja das Ziel, nächstes Frühling, Arnold's Classics. Arnold's Classics. Das ist voll so der Bodybuilderwettbewerb. Ja, voll. Das ist eine internationale Show und ich hoffe, ich sehe eine Etappe, darum gebe ich jetzt Vollgas. Und das heisst jetzt, halt noch ein wenig aufbauen. Also wenn ich das an die Kollegen erzähle, dann sage ich mir, was, nein, noch mehr aufbauen, du hast doch schon genug muss. Aber ja, hier rein und hier raus, ich mache mein Ding. Wieso bist du da momentan? Zurückkehrt für eine gute Zeit? Ich bin ja jetzt mal drei Monate einfach übergegangen und eigentlich habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal drei Monate nach Leil, schaue mal was es sicher gibt, versuche ein paar Connections zu machen, es wird schwierig, und ja, dann komme ich wieder zurück und erlebe ich da weiter wie bisher. Jetzt ist es aber alles etwas anders gekommen, ich habe diesen Vollgas gegeben, es sind einige Törechen aufgegangen für mich. Schau, wie sie smiled, so super. Ja, ich habe so Freude. Es sind voll viele Töre, du hast eine Connections gemacht. Ja, ich habe mega viele Shootings gehabt für wie für Fitness-Magazine, also es kommt pure ein gutes Zeug aus, ich mag es kaum erwarten. Ich wäre blöd, wenn ich jetzt nicht bleiben würde und dann ich als Visum beantragen und es ist halt ein hoher Prozess, aber ich habe es durchgestuert, ich habe es geschafft, ich darf jetzt offiziell fünf Jahre im Land bleiben. Super. Und darum bin ich jetzt eigentlich zurück nach Luzern für sechs Wochen, zum natürlich alle meine Freunde und Familie nochmal sehen, zum dich wieder sehen. Immer eine Freude, immer eine Freude. Oh lala, perfekt. So. Aber nein, also das ist nicht. Perfekt. Sehr gut. Oh, es sieht geil aus. Hey, guten, gell? Ja, gleichfalls. Hau rein. Es geht auch, es geht aber auch geil aus. Thema Anabolika und so weiter. Es gibt viele Berufskollegen von dir, die irgendwelche Steroiden Zusätze ins Essen mischen und so weiter. Ein Thema für dich jemals? Nein. Überhaupt nicht. Ich finde halt einfach, wie du aufhörst. Weil ich habe mit Fitness angefangen, weil ich gesagt habe, ich will gesund sein, ich will fit sein. Und ich finde halt einfach Anabolika-Zeugen und so, das ist einfach gerade das komplette Gegenteil. Da machst du deinen Körper wieder kaputt. Darum macht es für mich überhaupt keinen Sinn, du musst noch abschlucken. Take your time. Lade die Seite. Darum macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Ich meine, das ist irgendwie kontraproduktiv. Ja. Ich weiss aber, ich werde jetzt mit dem konflikiert werden, weil jetzt bin ich in Amerika und ich habe auch jetzt schon gemerkt, weisst du, im Gym siehst du mich meinen Trainer gefragt hat, was nimmst du alles für Sachen? Und ich so, Proteinshake, Glutamin und Pizza. Mach mal so. Und er so, Spann. Und er so, nein, du weisst, was ich meine. Und ich so, aha, wenn du von dem redest, nein, nichts. Das kommt für mich auch nicht in Frage, ich weiss, es wird umso schwieriger, weil ich meine, wenn du Wettkämpfe machst in Amerika, ich meine, jedes Chick auf irgendeinem Stopp. Wirklich? Und ich werde es einfach doppelt so hart haben. Ich werde einfach dreimal vollgas geben müssen. Das Einzige, quasi nicht oder nicht mehr natürlich ist, sind jetzt quasi deine Boobs. Oder? Gratuliere aber dazu, es sieht fabulous aus. Vor drei Wochen oder so. Ähm, einfach dazu entschieden in L.A. Brust vergrössern. Also, entschieden habe ich mich schon länger, dass ich das nicht mache. Weil, ähm, es ist halt so, wenn du anfängst Sport machen und der Körperfettnanteil geht, geht halt das Fett am ganzen Körper, aber du kannst dir halt nicht auswählen, wo und wo nicht. Und ja, bei mir ist halt auch der Oberweite alles weggegangen und ich habe mich halt einfach nicht mehr so wohlgefühlt. Also nicht alles? Ja, also ich habe früher mal ein D gehabt und ich habe gerade so knappes B gehabt. Also es ist schon gerade mehr als vieles, sagen wir so vieles. Ja, vieles ist weggegangen. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe mich halt nicht mehr so weiblich gefühlt, weisst du irgendwie. Auch sonst, wenn du zum Beispiel Muskelaufbauern und so, mein Körper verändert sich halt. Und ich habe einfach gefunden, ähm, das würde eigentlich ausgleichen. Genau, es würde eigentlich meinen Körperbau einfach ausgleichen. Oder wenn du so Beine hast, so einen Arsch hast, und so einfach flach ist. Ja. Passt das einfach nicht zusammen. Und eben, ich habe vor Competitions zu machen, und das ist einfach wie jede hat das. Und wenn du schaust, wer erst, zweit, dritte Platz macht, es ist keine, die flach ist. Und es gehört einfach ein bisschen dazu. Aber ich habe das eigentlich auch für mich gemacht, weil ich das schon immer wollte. Also, das war für mich immer schon das Thema, mir hat das schon immer gefallen. Wie regiert das Umfeld? So im Team oder so? Sicher so. Hoi Anja. Also, die Konversationen sind eigentlich immer so. Hey, nein. Von Männern oder von Frauen? Beides. Beides. Und ich verstehe es auch. Ja, ja. Ich meine, muss aber keiner schauen. Ich würde ja auch. Gut. Weisst du was, haben wir jetzt fett gespiesen und so. Sehr gesund und sehr fein gewesen. Natürlich. Jetzt haben wir genug Energie und gehen ein bisschen fitten. Was meinst du? Ich würde auch sagen, ich nehme ihn gerade mit ins Anja Zeidler Training. Mal schauen, was er drauf hat. Wieder geschlucht, so wie im Februar. Natürlich. Ich mache ihn wieder fix. Nein. Also, er bringt ja schon mega Kondition mit. Also, ich bin begeistert gewesen, wie er letztes Mal weggemacht hat. Das war Willen. Das war Willen. Die brauchst du. Nein, ich trainiere heute Schulter und Trizeps. Das ist auf meinem Programm und ich nehme ihn einfach mit. Und es wird lustig. Ich freue mich. Let's go. I'm pumped. I'm pumped. Liebe Anja, isn't that pumped? Der nächste Teil. Der zweite von drei gibt es natürlich in wenigen Minuten. Zuerst aber, was finden die Leute so? Sie ist grausam sympathisch. Sie reden offen über ihre Brustoperation, über ihre... Sie ist wirklich so Powerfrau so. Wie kommt sie an? Total. Sie kommt recht gut an. Also, zum Beispiel, Christa sagt, coole Person und cooler Charakter und auch der Patrick findet sie so, sie ist voll sympathisch. Und natürlich halt eine Schweizerin. Der Ticket sagt, ich finde sie zu muskulös aber für eine Frau. Aber eben, jeder fühlt sich anders wohl. Du, was findest du muskulös für eine Frau? Mir ist es jetzt ein bisschen zu viel. Aber ich finde, sie hat einen schönen Körper, aber gerade die Oberschenkel finde ich jetzt zu viel. Und jetzt auch, wenn man voll das Sixpack sieht bei einer Frau, finde ich auch schon... Ich finde, es darf schon ein bisschen definieren, aber nicht so. Man muss natürlich sagen, das ist ihre Spezialität. Bein und so. Sie hat wirklich einen heftigen Quadrizeps da am Start. Also, ihr Arsch ist nicht von schlechten Eltern. Dann trainiert sie ohne Ende mit so, weisst du, richtig nice Squats oder so. Und dann da hinten bei den Zeidler. So macht das. Also, ich freue mich sicher auf die Gym Session, die ihr nachher anschauen könnt. Von der Anni und von mir. Ich war auch ein bisschen am Schweizer. Nachher gibt es sogar einen Einblick in ihr Zimmer. Und darum bleib dran, Babys. bis zum nächsten Mal. Tschüss.